Und ich darf Ihnen ankündigen, wenn ich nur kurz sagen will, ich bin derzeit arbeiten und bin in der Pause kurz da. Und mich enttäuscht es ein bisschen, falls meine Freunde in YouTube sehen, mich enttäuscht es ein bisschen, dass die nicht da sind, nur weil ich gesagt habe, ich will heute arbeiten. Aber ich bin trotzdem gekommen für 10 Minuten und jetzt kommt der Tom mit der Ukraine, das ist nämlich wirklich brisant. Danke, tschüss. Freunde, ich danke euch allen, dass ihr da seid. Das heutige Thema ist kein Thema. Wir werden gemeinsam nach der Wahrheit im Ukraine-Konflikt suchen, wirklich gemeinsam. Und es sieht anders aus, als viele sagen oder glauben zu wissen. Ja, wenn der Putin sagt, es sind keine Russen auf der Seite der Aufständischen, dann hat er nicht recht. Denn die Ostukrainer sind natürlich Russen, die Desertäre der ukrainischen Armee, die vor zwei Monaten, drei Monaten, vor zwei Monaten, drei Monaten die ukrainische Armee verlassen haben. Das sind natürlich auch Russen. Und es gibt sicherlich sehr viele Freiwillige aus Russland. Es gibt ganz bestimmt beurlaubte, professionelle Soldaten, die sehr wohl mit Wissenden, auch von Putin, natürlich dort kämpfen. Aber es kämpfen dort nicht nur Russen, es sind dort verschiedene Nationalitäten. Zum Beispiel Spanier, Franzosen, Slowaken, die wurden auch gefangen genommen. Ja, auf der ukrainischen Seite natürlich auch. Ukraine-Konflikt. Ja, wie groß ist Ukraine, ist auch verdammt großes Land, richtig. So, Gräser aus Frankreich hat so um die 45 oder 50 Millionen Anwohner, davon also 12 bis 15 Millionen Russischsprachige. Wie ist die Ukraine entstanden? Gab es Ukraine unter dem Namen vor 100 Jahren, vor 120 Jahren? Ja oder nein? Vor 100 Jahren? Nein. Ukraine war damals Teil des russischen Reiches und ein Teil war natürlich Österreich-Ungarn. Nach dem ersten Weltkrieg haben die Bolschewiken letzten Endes gewonnen und die wollten selbstständige Republiken schaffen, so wie Weißrussland, Kasachstan, natürlich auch etwas, wo heute Ukraine ist. Ja, das ist auch geschehen. Nach einem schmerzhaften Prozess zwischen 1918 und ca. 1926 hat das kommunistische Politbüro beschlossen, Ukraine wird entstehen und zwar in diesen Grenzen, in diesen heutigen Grenzen. Ja, der, es gab natürlich einen Mann, der war besonders verantwortlich für die Probleme der Nationalitäten, das war Josip Bissarionowitsch Stalin. Stalin war Volkskommissar für die Nationalitäten. Der war derjenige, der die heutige Grenze gezeichnet hat, irgendwann einmal 1925, 1926. So, wenn man jetzt in Washington und in Berlin glaubt, diese Grenze verteidigen zu müssen, dann bedankt sich das Stalin. Ja, ja, so wertvoll war sein Werk. Gut, jetzt also ist es passiert, diese 12 Millionen Russen leben dort seit einigen Jahrhunderten und die sind bis jetzt Bürger der Ukraine. Ja, jetzt ist es leider, seit vier Monaten werden sie von der ukrainischen Armee, von der eigenen Armee beschossen mit Raketen, mit Geschossen, ja, mit Flugzeugen immer weniger. Die meisten Flugzeuge, die sich schon, ukrainische Flugzeuge sind in der Zwischenzeit abgeschossen worden. So, jetzt, wer glaubt, dass diese Russen, diese 12 Millionen, noch bei der Ukraine bleiben wollen, der wird irren und das wird nicht kommen. Das ist einfach, das ist unrealistisch. Man muss sich das etwas plastisch vorstellen. Also gut, nicht die Russen, die Amerikaner sind dort. 12 Millionen Amerikaner werden beschossen von, ja, einem Armee eines Nachbarstaates, sagen wir von Mexiko, ja. Also, also Mexiko macht dort täglich Massaker und es sind bis jetzt, niemand zählt wirklich die zivilen Toten, aber es sind schon Tausende, das ist, das ist Übereinstimmung. Ja, was mag der amerikanische Präsident angesichts dieser Tatsachen, der wird innerhalb von 24 Stunden die ganze Armee hinschicken nach Mexiko und diese Leute befreien. Also, das, darauf kann man sich verlassen. Also, so gesehen ist Putin verdammt, verdammt mild und eigentlich unentschlossen in seiner Handlung. Egal, ob man es will oder nicht. Ja, also, es schießt dort ein Krieg im Gange. Seit vier Monaten. Das ist der erste Krieg auf dem europäischen Boden in diesem Jahrhundert. Es ist, es ist überhaupt keine Frage. Die ukrainische Armee ist doch riesig und neben der Armee kämpfen Freiwillige. Das sind Nationalisten bis zu echten Faschisten. Also, die berufen sich noch auf Bandera und andere, die mit SS gekämpft haben. Oh, apropos eine kleine Bemerkung. Diese, ja, die Welt hat die Landung in der Normandie gefeiert, richtig, ne? Jetzt, das war im Juni. Und der Poroschenko wurde auch eingeladen. Der hat sich irgendwie berufen, dass die Ukrainer auch dort gekämpft haben in der Normandie. Und wie immer hat Poroschenko recht. Jawohl. Die ukrainischen Soldaten waren in den deutschen Bunkern und haben sie diese Bunker verteidigt gegen die Amerikaner. Das sagen amerikanische Quellen. Das ist keine russische Propaganda. Und man hat sie, natürlich, die waren nicht besonders begeistert. Sie haben eher, sie haben sich eher schlecht verteidigt. Also, das ist schon eine andere Sache. Neben den Ukrainern haben dort unterseitenweise auch Georgien gekämpft. Im Soldat der deutschen Wehrmacht. Also, wie die dazugekommen sind, ist noch nicht ganz klar. Und natürlich Litauen, Lötchen, ja, Toliver. Ja, was ist an diesem Krieg besonders? Das ist der erste Krieg, der erste Krieg, den man im Internet verfolgen kann. Und zwar, man muss nur lesen können. Sprich, man ist leider russisch.